Uwe Mörle, wie groß ist die Erleichterung nach diesem Sieg in Erfurt? Ich glaube, wer die Bilder auf dem Platz gesehen hat und von unseren eigenen Fans, der weiß, dass wir dann ein sehr, sehr wichtiges Spiel gewonnen haben, dass wir nach wie vor wirklich über dem Stich stehen und seine eigene Hand haben. Und das war das primäre Ziel heute, das Spiel irgendwie zu gewinnen und wirklich dann nächste Woche nicht irgendwie anders gucken zu müssen, sondern selber auf die eigenen Strecke vertrauen zu können. Sie haben das entscheidende Tor geschossen. Könnte sein, dass es eines Ihrer wichtigsten Tore in der Karriere werden wird? Ja, ich hoffe sehr, aber ich freue mich einfach, dass wir als Mannschaft das Ding heute gezogen haben, dass man das den Jungs zurückgeben konnte mit dem Tor heute. Das ist das Wichtigste, dass wir die drei Punkte haben und jetzt wirklich mit einem guten Gefühl nach Hause fahren können. Oh und auf. Oh und das ist fertig. au und Untertitelung des ZDF, 2020